Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Review und zwar heute geht es nicht um ein Plugin, sondern um ein Programm und zwar das Programm Bucket GUI, was ein Server Control Pen darstellt. Das heißt, damit könnt ihr eure Server komplett verwalten, ohne dabei direkt ins Geschehen oder in den Dateien herumzuwöhnen. Das könnt ihr alles über ein Interface regeln. Und zwar er lautet euch die neueste Version herunter, für die 1.9 in meinem Fall. So, downloaden wir das. Dann ziehen wir die einmal auf unseren Desktop. Ich habe jetzt einmal hier schon eine alte für die 1.8 vorbereitet. Wir sehen jetzt aber auch schon, es gibt eine für die 1.9, das ist die hier. Das heißt, die alte kann weg oder beziehungsweise 1.8, 1.9. Und dazu habe ich dann auch die Spygon 1.9.2, unseren Test-Server, den wir aber in diesem Fall nicht brauchen. Das heißt, der kommt weg und einen leeren Ordner erstellt und den wie das Programm benannt. So, wir ziehen jetzt die Exe in diesen neuen Ordner, weil hier später alle Dateien vom Server, also der Server, der durch dieses Programm erstellt wird, gelagert werden. So, dann ziehe ich meine Spygon-Datei rein, die wir später als Basis-Servers nutzen und wir starten einmal das Programm. Ja, wir können es ausführen. Das sehen wir auch schon, hier ist es. Ich starte jetzt einmal im Vergleich dazu einmal die alte Version, nur damit ihr das mal seht, wie das aussieht. Das ist die alte und das ist die neue. Ja, so, kann zu, der kommt weg. Und jetzt gucken wir uns das einmal alles an. Was haben wir hier unten? Wir haben hier unten vom Server, der jetzt aktuell ja nicht läuft, die RAM-Auslastung, denn wie viel RAM dieses GUI zieht und wie viel insgesamt gerade auf dem Rechner verbraucht wird. Das gleiche einfach nochmal für die CPU. Hier haben wir die Uptime von dem Server, wenn er laufen würde. Players, sage ich nachher noch was. Und Starter. So, also hier können wir nämlich auswählen, welche, was für ein Programm wir laufen haben möchten. Also, ob wir Bucket-Server, Glowstone-Server, JSON-RPE, Code-Dron, SpyGuard, Web-Anilla. Ja, ich bin jetzt Social SpyGuard und hier können wir das Download-Latest-Development-Bild machen. Dann ladet ihr euch die Datei runter, aber ich habe hier schon eine Datei vorbereitet. Das heißt, ihr geht dann hier rauf, gebt die ein, zack, und schon ist gespeichert. So, hier können wir Java auswählen. Also, das besteht jetzt in meinem Fall 64-Bit vor. Hier können wir noch Argumente eingeben, brauchen wir aber in dem Fall nicht. Das ist einfach nur, wenn ihr zum Beispiel noch ein Kommando dahinter auswählen wollt. Ja, hier können wir noch auswählen, ob ihr nach Auto-Updates checken soll. Dann haben wir Down-Check-For-Auto-Updates. Und ja, dann können wir jetzt schon den Server starten. Das macht er jetzt auch. Und jetzt sehen wir hier schon, es ist in den Konsolen-Tab geswitcht. Und Starting Server, Loading Libraries. Hier, Server Properties, das nicht exist, macht er. Und jetzt sehen wir hier, fail-to-load Euler.txt, Unity Agreed to Euler. So, das heißt, der Server wird gestoppt. Wir minimieren das und jetzt haben wir hier schon die Euler. Die stelle ich einmal auf True. Dann gehen wir wieder in unseren Bucket, GUI rein und starten den Server hier. Ihr könnt den Start benutzen oder diesen Start, ist egal. So, jetzt startet ihr das alles wieder. Lädt es hoch. Jetzt generiert er die Welt. Sehen wir auch hier unten, was er gerade macht, aktuell. Jetzt sehen wir auch schon die Uptime, 18 Sekunden, 19 Sekunden. Ihr verbraucht aktuell 500 MB, also einen halben Gigabyte. So, das Programm ist noch in der Beta. Nur um das einmal kurz zu sagen, deswegen CPU-Usage läuft gerade auch noch nicht. Wird wahrscheinlich bald noch gefixt. So, wenn wir jetzt gucken, haben wir hier alle Dateien da. Plugins ist noch nichts drin, ist ja klar. Und ihr könnt jetzt manuell hier irgendwelche Plugins reinziehen. Oder wir machen das auch über dieses GUI. Das heißt, wir stoppen den Server. Jetzt sehen wir auch schon, das Server stoppt. Visuals Fehler ist, wenn zum Beispiel eine Warnmeldung kommt oder halt ein Fehler wird, die euch hier drin angezeigt. Haben wir aber nicht. Also, keine Fehler. Der Tasker ist, einfach, ich zeige das immer, ihr könntet bei zum Beispiel bestimmten Events, was er da machen soll. Das heißt, wenn ein Spieler leftet, dann soll er zum Beispiel, was haben wir hier, den Server killen. Das heißt, oder, nein, wir machen was anderes. Restart Command. Das heißt, wenn ein Spieler, äh, Restart Server, wenn ein Spieler leftet, dann soll er als erste Aktion den Server neu starten. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch noch eine Aktion machen, dass er dann ein Backup macht dazu, dass es dann euch überlassen. Dann machen wir noch eine. Na, schreiben wir mal Test rein. Und gehen wir auf Save. Und jetzt haben wir schon Trigger. Das heißt, Divo durch aktiviert wird, Player leave und Array starten. Und sie ist eingeschaltet. So. Jetzt könnten wir das testen. Brauchen wir aber nicht. So, Plugins. Und jetzt haben wir jetzt verschiedene. Und zwar können wir einmal hier unten den Ordner öffnen. Sehen wir, haben wir nichts drin, habe ich ja schon gesagt. Und dann haben wir hier Search Plugins. Das sind jetzt lange nicht alle, also es gibt wesentlich mehr. Und zwar, wir gehen jetzt mal Essentials ein. Jetzt sehen wir schon ganz viele Vorschläge. Zum Beispiel haben wir hier Essentials. Und dann gehen wir einfach mal auf, machen wir einen Doppelklick. Rechtsklick. Und kommen wir jetzt via Online, More Info haben wir hier zum Beispiel. Essentials haben wir die ganzen Kommandos, alle, die letzten Versionen, etc. So, ich gucke den jetzt gerade mal nach einem 1.9-Plugin haben wir hier Essentials-Menu. Brauchen wir gerade nicht. Admin Essentials. Ne, World Edit. World Edit. Also es ist, es gibt fast ASA's und World Edit haben wir hier als Beispiel Grief Prevention. Und hier haben wir das normale World Edit. Das heißt, wir können auch wieder More Info gucken. Haben wir hier die neueste Version 1.8, 1.9. Klicken die an und klicken auf Install. So, dann fragt er, ob wir das machen möchten. Wir klicken auf Ja. Jetzt seht ihr, hat es heruntergeladen. Und er hat es erfolgreich installiert. Wenn wir jetzt in den Install Plugins sehen wir hier schon installiert. Und wir können es jetzt auch öffnen, sehen wir, ist die Datei vorhanden. So, weiter haben wir hier den Editor. Der bringt uns auch gerade noch nichts. Deswegen müssen wir erst einmal die Server wieder starten. Das kann nochmal kurz dauern. So, jetzt sehen wir schon. Preparing Spawn Area. Inerring World Edit. Devo Configuration. Und wenn wir jetzt auf den Editor gehen. Und einmal Refreshen normalerweise. Edit. Müsste er. Okay. Operators Ben LPs. Also auf jeden Fall. Okay. Das ist wohl noch ein bisschen verbuggt. Wie schon gesagt, ist noch Peter. Und hier können wir jetzt auf jeden Fall normalerweise zum Beispiel die Whitelist. Wenn wir sie aktiviert haben, können wir hier jemanden hinzufügen. Bei den Operatoren. Wenn jemand OP ist. Zum Beispiel, ich bin jetzt, wenn ich jetzt joine. So. Ich joine jetzt auf den Server. Jetzt sehen wir auch schon hier. Da er im Online-Mode ist. Ruby 2022. Haben wir Achieving bekommen. Jetzt können wir hier rechts klicken. Kick. Bun. OP. Ich op mich ja zum Beispiel. Dann sehen wir hier. Wenn das Programm. Opt Herbie. Ich ziehe das einmal nach da unten. Und das Programm nach da oben. Jetzt sind wir geopt. Und jetzt sehen wir auch hier schon Players. Meine IP-Adresse. Location. Und ja. Und die Zeit. So. Jetzt sehen wir hier beim Editor zum Beispiel. Haben wir. Ruby 2022. 12. Meine YoYo ID. Und das Level. Hier. Bender Players. Ist ja immer noch nichts. Und ja. Wenn wir zum Beispiel hier. Können wir jetzt Remove machen. Und dann. Wohlig. Werde ich ge-deopt. Ja. So. Deopt Herbie. Kann ich mich wieder op'n. Oder wieder deop'n. Also es ist total egal. Und wenn ich jetzt lefte. Startet der Server neu. Sehen wir hier. Weil wir hier beim Task gesagt haben. Wenn der Spieler leftet. Dann soll den Server neu starten. Das macht er jetzt auch. Also das hat auch funktioniert. Äh. Okay. So. Jetzt gab es gerade einen kleinen Fehler. Weil. Das selber angeblich schon lief. Mal gucken. Das ist aber auch ein kleines Problem noch. Das heißt. Gerade zum Beispiel jetzt. Sehen wir hier als Beispiel. Dass er. Es versucht hat zu starten. Aber das Server wurde schon einmal von dem Programm gestartet. Jetzt können wir ihn nicht schließen. Wird aber wahrscheinlich dann auch noch gefixt. Aber kann uns erst mal egal sein. Weil wir es aktuell nicht mehr brauchen. So. Backup. Ja. Sagt der Name schon. Ihr könntet dann Backups erstellen. Ähm. Zum Beispiel Namen. Test. Dann. Welcher. Ordner. Gebacked up werden soll. Und wo das Backup gespeichert werden soll. Das könntet ihr dann noch hier machen. Ihr könntet hier dann edit. Und dann hier. Ähm. Backup machen. So. Der Forwarder ist einfach nur. Wenn man zum Beispiel joint. Wo man dann. R rauf gelistet werden soll. Also das. Würde ich aktuell auch noch lassen. Und hier haben wir jetzt die Settings. Ja. Notifications ist. Wenn man. Zum Beispiel. Wenn jetzt ein Spieler leftet. Dann kriegen wir. Eine Nachricht. Und einen Sound. Können wir hier alles beides einstellen. Oder wenn ein Spieler gequickt wird. Dann kriegen wir auch eine Benachrichtigung. So. Dann haben wir hier. Notifications. Ja. Notifications war das. Updater. Sehen wir nur aktuell. Die Softwareversion. Den Namen. Von wem es gemacht wurde. Und wir können auch Update eröffnen. Die Credits. So. Hier haben wir den. Various. Das ist dann einfach nur. Ja. Wo das alles gespeichert werden soll. Hier können wir die Language nochmal auswählen. Und hier haben wir dann nochmal die Konsole. Da können wir dann Show Date. Start the server when the GUI starts. Das heißt wenn ihr das Programm öffnet. Start the server automatisch. Und hier könnt ihr dann bestimmte Farben für bestimmte Nachrichten einsetzen. Zum Beispiel Warning Message ist orange. Dann haben wir hier orange. Und Enable Autoscrolls einfach nur wenn eine neue Nachricht. Oder wenn er das hier erreicht hat. Und wenn er noch mehr kommt, dass er automatisch mit runter geht. Sonst müsstet ihr immer hinterher scrollen. Und ja. Das war es auch schon mit dem Programm. Also ihr könnt eine Menge mit machen. Gibt es halt für alle möglichen Versionen. 1.7 1.6 1.8 1.9 Auch wenn es hier vielleicht nur ein bisschen buggy ist. Weil es komplett neu ist. Aber naja. Ist trotzdem eine schöne Sache. Vor allem für Leute die sich noch nicht so gut damit auskennen. Ist ein guter Einstieg. Und ja. Wenn es euch gefallen hat. Würde ich sagen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ein Abo. Damit ihr nichts mehr verpasst. Freut mich immer. Und hilft mir. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Plugin Review. Oder Programm. Review. Tutorial. Whatever. Bis dahin Leute. Haut rein. Ciao.